Yo, Sportkommaren, euer Görke hier und Sonntag ist immer so ein bisschen Arbeitstag. Da hat man die Zeit so alle Videos zu schneiden und zu drehen. Hier ist mein kleines Set, mein normales, so bei Lampen, die 600D von Ken. Damit ich zwischendurch nicht vom Fleisch runterfall, ja, oder Abfall, hier so ein bisschen Joghurt immer zwischendurch knabbern. Und ja, es sind immer noch ein paar Gewinnspiele, die ich zusammenschneiden muss, von diesem Oberkörper frei bestellen. Dann gibt es nachher vielleicht noch ein Video, wie ich so ein paar Eiweiß-Cookies euch mal zeige. Hier so ein bisschen zum Knabbern, so eiweißhaltige Dinger, echt geil. Habe ich irgendwo geklaut, das Rezept. Und dann gibt es auch wieder Hantelübungen. Mal sehen, ob ich da heute noch zu kommen. Wie gesagt, draußen ist eigentlich ziemlich schönes Wetter. Hier, wenn man mal rausguckt, so ein Park hier, ne. Und der Görke hängt drinnen ab und muss hier wieder Videos machen, schneiden und so weiter. Und da muss ich natürlich nachher noch trainieren. Heute ist Beine und Schultern dran, schön die Knie beugen. Da muss ich mich auch ein bisschen steigern. Die 120 Kilo sollten jetzt mal langsam Tatsache sein, normal und dann mal ein bisschen hoch. Mal sehen, was geht. Ja, ich mach mal weiter. Dann gibt es dann später ein neues Video. Auf jeden Fall McDonalds. Ich glaube, heute ist der Francois dran. Lustige Geschichte. Nur noch ein Unterhöschen durch Frankfurt. Ich knabber meinen Joghurt weiter. Und dann gibt es heute, wie gesagt, ja, hier seht man nochmal schön mein Supplements. Neues Video. Auf jeden Fall McDonalds. Und dann gucke ich, dass auch mal wieder was Sinnvolles kommt. Nicht immer nur McDonalds, Gewinnspiel, blablabla. Sondern auch wieder schöne Übungen und ein paar aufklärende Videos für euch. Ich mach mal weiter hier. Damit ich nicht so lange aufgehalten werde. Und ja. Aber jetzt platziert man nochmal meine Casting Couch. Haut rein. Bis später. Görki Vlog 5 oder so. Kein Plan abgeschlossen. Komplett. Tschüss. Es kommt dann wieder zu hübschen. Es gibt ja das 13 mal. Bis zum nächsten Mal.